Im heutigen Video gehen wir mal in die Luft, sind aber auch irgendwie am Boden geblieben. Und auch mal drinnen in einem mobilen Tiny House. Ich check heute mal mit euch gebrauchte Tiny Houses bzw. Mobilheime. Ab geht's! Ja, ich bin heute mal unterwegs bei der Firma Nachtigall. Und hier gibt es von 8.000 Euro bis hin, ich glaube das teuerste ist 60.000 oder 70.000 Euro, Mobilheime. Das sind dann entweder gebrauchte oder eben auch zum Teil neue. Und es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu fahren, weil hier gibt es sau viele von diesen Mobilheimen. Und auch so viele, dass man denken könnte, dass er sie nicht mehr alle hat. So ein Mobilheim hat immer ein Fahrgestell, außerdem Gaswasser und Stromanschluss. Und im Gegensatz zum festgebauten Haus hat man es mit einem Mobilheim etwas einfacher. Und hätte ich keine Kinder, würde ich wahrscheinlich auch in so einem Teil hier leben. Hier haben wir mal eins für 45.950 Euro. Und das ist eigentlich nicht viel Geld, denn die Dinger sind komplett eingerichtet. Du musst nicht noch zu Ikea hinfahren und irgendwas kaufen, nein. Das heißt jetzt hier ein Modell Sierra. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel, denn hier drin ist natürlich kein Strom angeschlossen. Und guckt euch das mal an. Im Prinzip brauchst du ja nur noch den Fernseher aufstellen. Hast eine Essecke drin, hast ein Sofa drin, hast eine komplette Küche drin. Dein Schlafzimmer für die Kinder, zugegebenermaßen. Es ist etwas enger als sonst. Daneben das Schlafzimmer der Eltern, Kleiderschrank und so weiter ist alles schon mit dabei. Jeder kann hier so raufgehen und das Schöne ist, was ich ja liebe, du wirst nicht belästigt. Es kommt kein Verkäufer unter dir hergerannt, kann nicht mehr so sie tun. Du kannst hier in Ruhe gucken und das aussuchen, was du haben willst. Und wenn du nichts möchtest, dann gehst du einfach wieder so vom Hof runter, dann ist es halt so. Aber wer hier nichts findet, wie gesagt. Und ich werde nicht bezahlt. Ganz wichtig, ich kriege hier keine Kohle. Er weiß gar nicht, dass ich hier bin. Ich würde sagen, gucken wir mal in ein Gerät rein, was ein bisschen älter ist. Nehmen wir mal die 20.000 Euro Preisklasse. Die steht gleich daneben. Florida, Modell Florida. Guck mal, erste Tür. Es geht immer weiter. Noch eine Tür. Und teilweise sind hier richtige Schmuckstücke. Mit dermaßen geilen Küchen. In der Badewanne im Badezimmer drin. Man merkt natürlich den Preisunterschied, aber hey. Aber für das Geld, wir gehen mal kurz zusammen durch. Zack, haben wir als erstes ein Schlafzimmer drin. Schön geräumig. Und man sieht natürlich, dass es gebraucht. Das ist nicht das neueste High-End-Produkt. Aber okay. Hier haben wir dann unsere Duschgelegenheiten, WC. Und überall auf jedem WC, da hatten sie wohl schon öfter Unfälle. Bitte das Kunden-WC benutzen, das ist zugeklebt. So, gehen wir mal weiter. Riesenküche auf jeden Fall. Alles komplett eingerichtet. Rund 20.000 Euro. Wir haben ein Zimmer vergessen. Hier ist noch ein Zimmer. Was ist hier denn drin? Ah, noch ein Schlafzimmer. Für Oma und Opa, wenn die Enkelkinder zu Besuch kommen oder so als Gästebetten. Völlig in Ordnung. Und man muss auch ganz klar sagen, das kommt gar nicht auf die Länge an. Sondern manchmal sind die so günstig geschnitten, dass auch ein kurzes Mobile Home oder Tiny House das schon extrem gut ist. 30.000 Euro. Gehen wir mal rein. Was ich auch immer ganz wichtig finde, ist bei den Dingern, dass man halt auch riechen muss. Manchmal mag man es nicht riechen oder die Materialien nicht riechen. Aber schick. Aber ich finde, was man hier für 30 Scheine auf jeden Fall bekommt, ist in meinen Augen richtig anständig und schick. Einziger Nachteil im Gegensatz zu Amerika, kann man hier das mobile Heim natürlich nicht hinters Auto klemmen. Das hier muss auf dem Sperrtransporter. Da sind die natürlich ja für vorbereitet, beziehungsweise machen das nicht das erste Mal. Und wer mal ein neues Fahrgestell braucht, die findet man hier auch zuhauf. Verzinkt und nagelneu. Ich würde sagen, wir suchen uns mal so eine günstige Schleuder aus. 12.950 Euro. Da kriegst du keine geile Gartenhütte für. Vor allem nicht mit Küche. Auch wieder zwei Türen. Dann kommen wir rein ins Schlafzimmer. Auch hier möbliert. Daneben ist noch die Toilette mit der Dusche. Hier dürfte das Kinderzimmer sein. Und hier für knapp 12.000, 13.000 Scheine. Das ist doch mega, oder? Also ich finde es nach wie vor faszinierend. Für wenig Geld. Eine Einmalinvestition. Bezahlst vielleicht noch 500 für den Campingplatz, wo du das Ding hinstellst im Jahr. Keine Ahnung, was das kostet. Und dann kannst du vernünftig wohnen. Es ist nichts schlecht dran. Die Dinger, die gibt es ja schon ewig. Und dadurch, dass du ja natürlich weniger Raum hast, hast du natürlich auch den Vorteil, dass du weniger heizen musst. Klar sind die Dinger nicht ganz so gut isoliert wie ein Neubau. Aber das Volumen ist ja auch viel, viel geringer, dass du heizen musst, beziehungsweise, dass du auch unterhalten musst. Und dann würde ich sagen, checken wir mal so einen Neubau hier. Was kostet das? 49.950 Euro. Da kriegst du keine Gartenhütte hingezimmert. Das scheint ein Modell zu sein, was die hier selber ausbauen. Man kann die auch nackt kaufen und nach seinen Vorstellungen bauen lassen. Du kommst rein. Wir gehen erstmal nach rechts. Rechts ist wohl immer das Schlafzimmer. Ja, das ist nagelneu. Das riecht man auch. Und alles möbliert. Alles. Du brauchst dich um nichts kümmern. Das Einzige ist natürlich die Kinderzimmer. Also mit Kind brauchst du hier nicht drin wohnen. Das kannst du in Urlaub machen. Ja, aber auf Dauer drin wohnen geht natürlich nicht. Aber als Einzelperson machst du ein Raum Büro, den anderen Abstellkammer oder Gästezimmer. Keine Ahnung. Das ist doch mega, ne? Auch die Türen hochwertig mit Schlösser. Hier mit einer vernünftigen Dusche drin. Und auch hier wieder vom Feinsten. Komplett ausgerüstet. Ich meine, klar geht hier kein Big-Sofa rein, ne? Aber für die Kohle. Hier kann man sich abends schön hinmümmeln. Gibt es ja auch richtige Dinger noch mit Terrasse und so weiter. Nicht mal die Gardinen musst du noch ranmachen. Es ist alles bereits vorhanden. Gehen wir mal kurz in einen Automatencontainer rein. Beziehungsweise so einen Wohn- und Bürocontainer. Die Dinger, die werden ja meist in Polen gefertigt. Also diese Bürocontainer. Und viele Leute stellen da auch Snackautomaten mittlerweile rein. Da muss man allerdings einiges beachten. Denn so ein Snackautomat, der macht ab, Wärme und so weiter. Dementsprechend staut sich die Wärme drin. Und da braucht man eine Klimalage oder ein vernünftiges Belüftungssystem. Sonst funktioniert das überhaupt nicht. Hier gibt es auch verschiedene Größen. Für jeden das Richtige. Wir geben mal hier in so ein 12.900 Euro Modell rein. Und haben hier auf jeden Fall in der Regel immer zwei Lampen dran. Und Stromversorgung ist auch schon da. Du kannst hier gegen Aufpreis auch eine Klimaanlage bestellen. Normalerweise hängt draußen genau. Da ist er. So ein Starkstromanschluss. Wo du das Ganze mit Strom versorgen kannst. Das heißt, du hast keine Elektroinstallationen oder sonst irgendwas. Muss bloß wissen. Geh mal rein hier. Das ist ganz wichtig, dass du ein Fenster haben, was du auf Kipp machen kannst. Dass die Wärme raus kann. Dass du, wie gesagt, an die Klima da gedenkst. Dass du oben einen Sicherungskasten hast. Und dass, wenn du Automaten hier reinstellst, auch eine Baugenehmigung brauchst. Und dich vorher einmal bei deiner Gemeinde oder bei der Stadt informieren solltest. Ansonsten für 12.900 Euro wüsste ich nicht, wer einem sowas von Hand hinbaut. Phänomenal. Ihr müsst auch vorsichtig sein. Es gibt auf YouTube einen Betrüger. Der kassiert die Anzahlung bzw. schon das ganze Geld. Und dann kommt nichts. Also lest immer Kommentare oder Bewertungen. Oder geht zu jemandem hin, wo man auch vor Ort gucken kann. Nicht irgendjemand, der nur als Mittelsmann für euch da ist. Wollen wir uns nochmal eine 17.000 Euro Schleuder antun? Also die sind nicht schlecht. Da ist nichts irgendwie. So, wir kommen rein. Klar, die Türen. Das ist schon ein bisschen älter. Schon ein bisschen benutzter. Aber für das Geld. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Oder wie ihr darüber denkt. Aber ich finde, das ist einfach der Kracher. Hier sind noch billigere Dinger da. Für 8.000 Euro und so weiter. Findet ihr auf der Homepage. Wie gesagt, ich kriege von der Nachtigall kein Geld dafür. Aber ihr dürft mit einem Daumen nach oben drücken und einen Kommentar reinschreiben. Das hilft mir auf jeden Fall und meinem Kanal. Hier sieht es ein bisschen edler wieder aus. Also wenn man im Preisrahmen natürlich ein bisschen nach oben geht, dann bekommt man auch mehr. Das ist ganz klar. Umso mehr du bezahlst, umso mehr bekommst du halt. Die Kinderbetten sind immer ein bisschen spartanisch. Und allzu dicke Beine sollte man da auch nicht als Kind haben. Du hast immer eine vernünftige Tochlette, eine vernünftige Dusche. In der Regel wird mit Gas gekocht. Aber du hast immer eine vernünftige Küchenzeile mit vernünftigen Waschbecken. Eine vernünftige tolle Ecke, wo du abends auch mit mehreren Personen auf jeden Fall schön essen, sitzen und spielen kannst. Und natürlich auch den Fernseher anklotzen kannst, wenn jemand das noch guckt. Und ich würde sagen, ihr könnt jetzt selber mal stöbern gehen und besucht die Homepage. Wie heißt sie? Caravanmobilheim.de Oder nach Nachtigall googeln, Nachtigall Tiny Houses bzw. Mobile Homes. Dann bleibt sauber, ordentlich und anständig. Bis dann, euer Onkel Kramer. Ciao.